Hallo und herzlich willkommen zu einer Let's Show von Yago3. Mein Barbar ist jetzt schon mal ein bisschen weiter. Er hat neue Brust... äh... Beinschienen. Ein neuer Ring. Was hat er noch mal? Schulte Platten. Keine Ahnung. Aber das Amulett ist noch mal. Jetzt hat er 1903 mit 44 DPS. Das Leben ging ein wenig runter. Ich habe jetzt sowieso viel. Wir starten mit 124 ohne Parab... äh... ohne... ...dingem. Ich zeige euch kurz ein wenig. Ist der Monster... Ich zeige euch, ich hoffe wieder etwas. Die Schwäche aus... Vor Patch 105. Ich zeige euch nicht hochgestellt. Das ist vielleicht... Bei allem was heilig ist. Seht ihr den Feind auf Rüten? geek하세요? Alsprove boobs sind ... Die Schwäche sind Baptist-Den. Deine Öffin. Everyday ist in Ord Facebook. Demketation ... Versch. Malzu hinab Piccox. Ich bin wieder gesund. Also dann sehen wir uns wieder am Friedhof. Bis gleich. Damn! Was hab ich gefunden? Brustschutz. Damn! Ich würde mich lieber selbst töten, als zu einem dieser Scheusahle zu werden. Damn! Na ja. Ich bin schwer verletzt. Ich bin schwer verletzt. Ja, das ist das schwierigste. Nicht genug Wut. Mit der Abstand ist das schwierigste vor allem bei schnellen Gegen. Nein, das ist nicht so gut, also. Das war's für heute. Oh, das war schon. Jetzt bist du nicht mehr. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Bis später So, wir haben jetzt zwei Wundern bereit Total drückt Ich werde noch kurz hinzufügen, dass ich ab jetzt 100% Safe anspiele Einfach, weil ich Bock habe, weil ich da zu viel gefeatet werde Wenn ihr das zu verschenken habt, haben die Leiter keinen Erfolg Wenn es mir einfach gegeben wird, hätten sie einfach alles schmerzt Ich werde euch eigentlich alles zeigen, bis ich keinen Bock auf die Zwischenlage habe Ich bin auf dem richtigen Weg Die Krone muss in der Nähe sein Der Panzer hat sie lange Zeit sicher bewacht Nein, ich Ich bin auf dem Weg Was ist das? Nicht genug Wut. Nein, ich werde nicht erlauben, dass wir dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslassen. Mehr Wut. Also ich werde jetzt das nochmal machen, dieser Rang in Monster Level 2. Ich zeige euch kurz die zwei Pläne, die ich gefunden habe gestern. Der eine ist erhabene Schreckensheet und der andere erhabene Paralympel. So. Okay, es ist schön, wenn wir jetzt mit dem Monster Level 2 haben wir jetzt... Ich werde auf Monster Level 1 mal probieren. Ja, wir spät. Bleibt lieber auf Monster Stärke 0, auch wenn es zu leicht ist, weil Monster Stärke 1 ist schon viel zu schwer. Das kommt mir mal zurück. Wir haben jetzt ungefähr 100 Cent. Wir haben jetzt ungefähr 100 Cent. Er ist jetzt nur 1 1, sondern wir sind hier. Er ist schon deutlich mehr als ein, wenn du es nicht wiederum hast wird. Die sind schon gar nicht ungefähr ein Schatz. Ich werde noch ein wenig farmen, irgendwann zur Stärke 0, bevor ich noch zur Stärke 1 weiterfahre. Bis später. Im dritten Run habe ich kein Bock mehr. Spätestens 3-4 Tage werde ich wahrscheinlich wieder Bock haben. Und zeige euch dann mehr. Bis dann. Tschüss. Junge große Schlammkrabbe. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. Ja. Nix los hier, voll langweil Kleine Gegner, oder was? Kleine Schlammkrabbel Was hat der? Umarmt der? Kleine Schlammkrabbel Kleine Schlammkrabbel Kleine Schlammkrabbel Kleine Schlammkrabbel Kleine Schlammkrabbel Kleine Schlammkrabbel